Guten Tag liebe Freundinnen und Freunde der Chemie. Herzlich willkommen zu diesem Video. Es heißt Aufstellen einer Reaktionsgleichung für die Klassenstufen 7 und 8. Der Film gehört zur Reihe Reaktionen. An Vorkenntnissen solltest du die chemischen Begriffe Element, Symbol, Verbindung und Formeln beherrschen. Du solltest das Aufstellen einer Formel können. Ein Video dazu gibt es. Mein Ziel ist es, dass ihr nach dem Schauen des Films das Aufstellen einfacher Reaktionsgleichungen beherrscht. Das Video habe ich in 6 Abschnitte unterteilt. 1. Der Start 2. Formeln und Symbole 3. Links und rechts alles gleich 4. Ausgleichen 5. Kontrolle 6. Übung 1. Der Start Vor dem Aufstellen der Reaktionsgleichung muss man sich fragen, was reagiert und was entsteht. Dazu formulieren wir eine Wortgleichung. Zum Beispiel 2. Kohlensstoff und Sauerstoff reagieren zu Kohlenstoffmonoxid. 2. Formeln und Symbole Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung zu Hause 4. Ausgleichen